Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MagSnake, ich zock für euch Rocketbirds. Und los! Nicht lang hier rumschnacken. Wir haben den Widerstand gefunden. Er sollte definitiv an seiner Aussprache arbeiten. Ja, dann los. Nicht lang rum. Hängt ein bisschen wie ein Zombie. Nun geh schon. Ey, Jungs. Seid ihr Geschwister. Zwillinge vielleicht sogar? So. Oben gibt's also Waffen. Die hol ich mir doch gerne. Kanaten. Yay. We live now In a beautiful future A bridge populated by my family So let me a sword To cut The sword not a catch-22 Off Super Das wird gut My deck is a brain bug The penguin Yay Ich bin hier Wann immer du mich brauchst Yay 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 Halt sie Entschuldigen sie Ich glaube sie sind böse Sie sind auch böse Gehen sie weg So aber Wie wurde ich ihn jetzt wieder los So wurde ich ihn wieder los Ich habe Granaten Ich glaube diesmal nehme ich tatsächlich eine Granate Jupp 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 Ich bin hier hoch. Na gut, daneben runter. Runter kann ich auch nicht. Müsste ich doch hier aber irgendwie hochkommen. Was soll das jetzt? Ich hab ne Errungenschaft. Zwei Viecher mit einem Schlag. Das können ich den ganzen Tag lang machen. Hm. Ich fürchte nur, ich muss das den ganzen Tag lang machen, wenn mir hier nicht irgendwas Cleveres einfällt. Hm. Ja, das geht nämlich nicht. Nimm mich nenne Runde. Hm. Nehmen wir uns mal den nächsten mit. Mal schauen, was der so kann. So, Lulu. Schunk, 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 schunk. Hoch. Verstehst du? Hoch. Schlunk, schunk, 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 schunk. Hm. Das ist hier ein Schrotgewehr. Ich persönlich möchte ein Schrotgewehr haben. Weil Schrotgewehre nun mal gut sind. So. Das hat gefehlt. Now you can, like, shoot yourself. Schrotgewehr. Sehr gut. Ja, können wir gleich ausprobieren hier. Gutes Stück. Geht. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Dann machen wir doch wieder einen Brain-Bug-Trick Du musst doch schon sitzen bleiben, du Hupe Naja Ich denke mal Hier holen wir uns dann mal so runter Ich nehme mich nicht Mach mal meine Kiste vorbei Stirb einen grausigen Tod Hier ist zunächst einmal die allseits beliebte Medi-Kiste Das sind aber auch alle Stressbacken hier Ernsthaft, oder? So Dann halt aufs Dach Weil jeder weiß, in einem guten Film flieht man immer sofort aufs Dach Los, mach die scheiß Tür auf, ich will aufs Dach Nein Also nochmal Nein, nein Kürzer, 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 kürzer Na So, netter Dürfte passen Hat gepasst Wie schön So denn Drück den Knopf Steig ein Steig ein Steig nicht ein Das ist ein Quatsch Schüss Und zack war ein neuer da Das ist auf gar keinen Fall langweilig werde Okay, hier sollst du schon auch runter Und rüber Los Runter Rüber Immer noch nicht Der Heidenai, was ist denn da los? Dann mussten der hier jetzt in den großen Fahrstuhl gehen, schätze ich mal Das werden wir jetzt ausprobieren Hm Genau, da ist nämlich jetzt ein Fahrstuhl runtergekommen Kann ich mit dem jetzt hineimern Und hochfahren Und hochfahren Weiter hochfahren Wie so darf Der Sau sagt aufs Dach und ich nicht Ich will auch aufs Dach Du stinkst Du stinkst auch Du stinkst Warte ich Aber lasst mir eure Munition da Das kann er nicht Das kann er nicht Und Abwärts Hm Machen wir mal Tür auf Da So Reicht Den Brauchen wir nicht mehr Aber The Chicken brauchen wir jetzt Rüber Hoch Hopps Und nochmal Und Wieder hoch Jetzt gibt es hier den Ruf-Axis Hoffen wir mal, dass Niemand auf die Kommt Ach, ich seh schon Ein klarer Fall für Brain Bugs Drücke sie Knopf Das ist ein Chicken auf Ist der Dach Tschüss Yep Ängste Puppa Da ist mein Raketenstuhl Ist das mein Jetpack? Das kann nur eine Sache sein Jetpackchen Und Es gibt zwei Diese Zusch Ja Schön Chapter 8 Pear in the Air Ich denke Das soll es dann aber auch für heute gewesen sein Ich wünsche euch was Zockt viel Zockt schön Und Tschüss Das soll Zockt Die Zockt Die Untertitelung des ZDF, 2020